Unsere aktuelle Tournee heißt Viva la Street, das bedeutet es lebe die Straße und wir haben eine Patronin und das ist Edith Piaf, denn die war auch eine Straßenmusikerin und das nächste Lied ist einer von diesen Songs, den sie auch gesungen hat und das heißt Mon Amon de Saint Jean. Musik 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.